11.9.2018, wir haben jetzt gut 1-2 Wochen Price Action gesehen, die wir jetzt seit dem letzten Video bewerten können. Und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt nochmal kurz ein Video zur aktuellen Lage zu machen. Einfach aus dem Grund, weil wirklich sehr viele signifikante Ereignisse stattgefunden haben, die wir jetzt in diesem Video besprechen. Ich habe die Facecam jetzt weggelassen, weil das Video wirklich kompakt sein soll und sich wirklich auf das Wesentliche beschränken soll. Nämlich den Chart. Wir starten mit dieser Analyse auf dem Weekly Chart und brechen dann weiter runter auf den Daily Chart, um eben unsere langfristigen Zonen auszumachen. Wir sehen hier am Weekly Chart, oder was ihr sehen solltet, oder was eigentlich jeder sehen sollte, dass wir hier einfach extrem cleane Lows haben. Was heißt Clean Lows? Das sind Lows am Chart, die noch nicht nach unten durchbrochen wurden und wo ein massives Aufkommen an Liquidität liegt. Das heißt, unter diesen Lows, oder unter diesen Lows, besser gesagt, wie ich schon im letzten Video erklärt habe, oder wie ich im vorletzten Video erklärt habe, liegen extrem viel Stop Order. Das heißt, jeder und jedem sein Hund, der jetzt noch Long im Bitcoin-Markt ist oder generell Long-Term-Position im Bitcoin-Markt, haltet nicht mal nur Trader. Die haben alle hier drunter ihre Long-Stop Order. Auf der anderen Seite haben wir auch noch die Short-Seller, die nur darauf warten, dass wir diese Lows durchbrechen und die dann irgendwo hier drinnen ihre Short-Sell Market Order haben. Das heißt, wenn der Kurs hier drunter tippt, dann werden diese Short-Sells aktiviert mit der Aussicht, dass wir einen niedrigeren Kurs noch ansteuern. Das heißt, hier ist ein Liquidity Pool, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auf alle Fälle haben wir hier Clean Lows. Und das ist auch der Grundgedanke meiner Überlegung, meiner Analyse und auch der Punkt, wo ich starten möchte. Diese Price Action, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, diesen Move nach oben auf 7300, mit diesem massiven Sell-Off. Was hätte das aus Sicht der Market Maker für einen Sinn, also diese Moves zu machen, vor allem diesen letzten Sell-Off, ohne dass wir diese Lows aus dem Markt nehmen? Das muss man sich einfach fragen. Warum sollten wir jetzt, man kann auch hier Trends nennen, wenn man will. Warum sollte man hier Lower High machen, Lower High, Lower High, Lower High und dann einfach sagen, okay, wir gehen jetzt hier auf 6100 oder auf 6900, 5800, sorry. Und wir lassen aber all diese Retail-Stops im Markt. Das ist einfach mein Grundgedanke, warum ich einen größeren Drop noch sehe. Selbst wenn wir die größten Bitcoin-Bullen hatten, was immer viele prophezeien, dass die großen Banken schon auf der Seitlinie sitzen, dass Goldman Sachs und BlackRock, ja, dass die alle einkaufen wollen. Ja, selbst wenn sie das wollen, würden oder wenn sie das machen wollen, brauchen sie ein enormes Aufkommen an Liquidität. Und wie kriegen sie diese Liquidität? Indem sie den Markt unter diese Stopps treiben, unter diese Clean Lows. Wenn sie das machen, können sie so viel Order führen wie möglich, weil jeder, jeder Retail-Trader verkauft jetzt eine Bitcoin. Dann füllen sie ihre Positionen und dann können sie von mir aus immer noch den Markt nach oben treiben. Aber selbst die ganzen Leute, die noch extrem bullisch sind und die, die Theorien haben, dass etliche Wahlen auf der Seitlinie warten. Selbst diese Leute sollten begreifen oder sollten sich vor Augen führen, wenn die Wahlen in den Markt kommen wollen, wenn irgendwelche Banken in den Markt kommen wollen, dann müssen sie dieses Low brechen. Und dementsprechend sieht das Low auch aus sehr kritisch. Jetzt rein aus Chart, technischer Sicht, sehen wir diesen Pivot-Punkt. Man kann diesen Block nennen, wenn man will. Man kann sagen Pivot-Point, Supply, Demand-Zone, ICT-Order-Block, wie sie ICT auch nennt. Ist auch ziemlich egal, man nennt es einfach Pivot jetzt, weil es einfach extreme Auswirkungen auf den Chart hat. Wir sehen hier, diese schwarze Kerze hier ist das letzte Selling, bevor wir auf das All-Time-High zu rennen. Das heißt, von dieser Kerze weg haben wir knapp 200% gemacht. Das heißt, wir kommen zurück in diese Kerze, in diesen Punkt, wo sehr viele Leute, extrem viele Leute gekauft haben, weil hier haben andere verkauft. Das letzte Selling-Point hier. Und was sehen wir hier? Wir kommen hier zurück und rallyen weg. Was man hier auch immer machen kann, machen sollte, man kann sich hier die Mid-Range einzeichnen. Das heißt, 50% dieser Range liegt knapp bei 6,580. Das habe ich vorher schon gemacht. Aber ich mache es jetzt für das Video nochmal. Das heißt, es wäre konkret hier. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, dann seht ihr, wie signifikant diese Zone für den Chart ist. Wir kommen wieder zurück. Support. Machen hier 70%. Wir kommen wieder zurück. Wir kommen genau auf 50% dieses Levels. Was passiert? Wir rallyen weg. Haben diesmal aber nur noch 50%. Das heißt, der erste Touch dieser Zone ist am wichtigsten. Bestes Risk-to-Reward-Verhältnis. Zweiter Touch wird schon schwieriger. Dritter Touch. Naja, okay. Dritter Touch wird dann eher vom Daily Chart erfolgen. Beziehungsweise sind wir hier schon unter die 50% gerasselt von diesem Weekly Block. Okay. Wir gehen jetzt auf den Daily Chart. Daily Chart sieht wirklich extrem wrecked aus. Hardcore wrecked. Wenn wir uns den Daily Chart ansehen, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das hier eine Range ist. Gehen hier nochmal nach unten. Kopiere jetzt bitte. Ja. Das hier ist unsere Range, in der wir uns enthalten. Ich mache das gerade schwarz. Wenn man in Range-Zonen immer schwarz sind und die Mid-Range bei mir immer weinrot ist, können wir gerne auf Twitter folgen. Twitter poste ich öfter. Und das gleiche machen wir hier mit dieser Range, damit wir wieder sehen, wie signifikant denn diese Mid-Range ist für den Kurs. Hier diesen tiefsten Punkt. Das hier ist die Mid-Range. Okay. Was sehen wir hier? Sobald wir auf dieser Mid-Range treffen, ist ein Sell-Off. Es kann auch sein, dass ich die Mid-Range jetzt nicht eins zu eins eingezeichnet habe, mit diesen Wicks. Weiß ich jetzt gar nicht. Mid-Range in diesem Bereich. Egal. Ihr seht jetzt irgendwie ganz, diese Mid-Range. Support. Fallen drunter. Sobald wir drunter fallen, massiv ein Sell-Off. Wir gehen drüber. Massiv ein Sell-Off. Konnten. Keine Chance wirklich, diese Mid-Range zu überbieten. Wir haben auch hier am Daily Chart diesen Block. Solche Blocks sollten euch auch auffallen. Warum ist dieser Block signifikant? Wir kommen in diesen Block rein und wir haben diesen Move nach oben. Das ist ein Move von 5.800 auf 6.800. Ein 1.000 Dollar Move kam aus dieser Konstellierungsphase. Okay. Das ist die ganze Phase hier. Was passiert? Wir kommen zurück genau in diese Konstellierungsphase. Extrem viele Leute haben hier gekauft. Was passiert? Rally nach oben. Okay. Was passiert? Zurück. Zweites Mal. Rally nach oben. Gleiches Konzept wie auf dem Mid-Range. Was jetzt hier der Grund war für dieses massiv ein Sell-Off, war konkret dieser Breaker. Dieses Breaker-Pivot hier. Sieht man am 3-Day-Chart besser. Warum ist das ein Breaker? Warum? Hier wird gekauft, hier wird gekauft. Resultierend daraus, aus diesem Kauf in diesem Bereich, werden diese Stops aus dem Markt genommen. Hier diese Long-Stops werden durch dieses Kaufen aus dem Markt genommen, weil diese Dumpen befolgt. Okay. Das heißt, extrem wichtig ist das Pivot. Wir fallen hier drunter. Wir haben dann hier nicht ganz Resistence. Hier Resistence. Kommen drüber, nicht ganz Support. Fallen hier drunter. Hier sehen wir dann direkt Resistence. Wenn man das auf dem Nearing-Time-Frame anzieht. Ich sehe gerade, ob wir das vielleicht... Doch, dürfte drin sein. Das markieren wir uns jetzt gerade mal. 15-Minuten-Frame. Weil, da müssen wir schon ein wenig zurück scrollen. Ja, hier sehen wir das. Das ist dieses Pivot vom Daily Chart. Okay. Damit ihr mal seht, wie viel Einfluss das hat auf dem Markt. Wir rennen hier direkt rein auf den 15-Minuten-Chart. Hier, first try, second try. Sell-Off. Extremes Sell-Off. Das hat dieses Pivot ausgelöst. Dieser Breaker. Und jetzt das zweite Mal. Wieder in diesem Breaker gerannt. Und wieder Sell-Off. Extrem schönes Setup hier. Das könnte man auch. Das hat SFP trainen, aber wirklich gut. Ja. Das hat man jetzt wieder gesehen. Wieder dieses Pivot, wieder Sell-Off. Ich war extrem tief short im Markt bei 7.300. Möchte mich aber nicht rühmen, weil ich Vollidiot an einen automatischen Deck Profit gesetzt habe bei 7.100. Weil ich zu dieser Zeit unterwegs war. Habe aber aufgrund dieses Pivot geshortet. Vom Free-Day-Chart. Aber war natürlich extrem ärgerlich. Ries ein Short-Order. Du gehst einkaufen. Der Take-Profit war auf 7.100. Weil ich konkret diese Zone hier getargetet habe. Seht ihr diese Zone hier? Und dann kommst du zurück und der Kurs fällt auf 6.500. Und du bist einfach 600 Dollar zu früh raus. Also der ganze Short war dann auch nicht so sehr wirksam. Wie er halt sein können auf alle Fälle. Ja. Warum targetten wir jetzt konkret 4.700 bis 3.800? Wieder hier diese Zone. Auch am Weekly-Chart. Schön ersichtlich. Das ist diese Demand-Zone sozusagen, die noch keinen Retest hatte. Ganz clean hier. Extrem viel Demand in diesem Bereich. Das heißt, wir wollen natürlich sehen, dass mindestens 50% dieser Zone erhalten. 50% dieser Zone wären bei knapp 4.000 bis 3.800. Ich habe es vorhin schon mal ausgemessen. Und das wäre jetzt unser nächstes Target. Also es tut mir leid, viele Bitcoin-Bullen. Aber bullischer sehe ich es momentan nicht. Wie können wir auf diesen Move aufspringen, wenn er dann kommt oder wenn er dann kommen sollte? Und natürlich will ich jetzt nicht shorten, weil ich immer noch auf eine Art Relief-Rally hoffe. Weil wir sind so dermaßen überall verkauft, dass ich einfach sagen muss, okay, irgendwann muss doch mal eine Reaktion der Bullen kommen. Richtung 6.5 hoch, 6.6, je nachdem. Keine Ahnung. Auf alle Fälle wäre ich nicht Bullish, bis wir diesen Bereich brechen. Also das wäre mal so ein Pivot, wo ich sage, okay, wir haben hier gesellt, dann haben wir hier oben Support. Und ja, also bevor wir nicht wirklich hier oben clean drüber brechen, was in dem Bereich wäre, so irgendwie. Und dann dieses Pivot. Seht ihr das? Von dort brechen. Und dann diese Highs aus dem Markt nehmen. Das wäre das bullische Szenario. Könnt ihr ja frisch selber interpretieren, wie ihr wahrscheinlich hier das halten würdet. Aber das wäre mal so mein Szenario für die Bullen. Diese Highs aus dem Markt nehmen. Aber schwierig. Extrem schwierig. Das wahrscheinlich Szenario ist für mich das Span-Szenario. Ganz einfach, je nachdem wie lange wir hier noch konsolidieren, ob wir eine Relief-Rally sehen. Hier wäre dann Make-or-Break. Könnt ihr euch gerne einzeichnen am Daily-Chart. Dieses Pivot. Hier wäre Make-or-Break. 6.8. 6.8 könnt ihr dann so händen. Wie kommen wir hier an Bord? Retest. Und dann als Ziel für das 700 für einen Riesen-Short. Und ab da dann Long-Position aufbauen. Also mehr kann ich nicht sagen aus bullischer Sicht. Das tut mir sehr leid für die Bitcoin-Bullen. Aber absolut, absolut schreckliche Preis-Action. Ihr müsst euch denken, diese Preis-Action, dieser Anstieg hat irgendwie drei Wochen gedauert. Und in drei Tagen wurde alles abverkauft. Also das ist nicht das, was man sehen will an einem Umkehrpunkt des Marktes sozusagen. Okay? Das heißt, unser Goal wäre jetzt in diesem Bereich hier unten. Merkt euch 4.7 bis 4.000. Ab da könnte man dann wieder Long-Position aufbauen. Im schlimmsten Fall wäre das nächste Ziel bei 2.9. Was ich natürlich nicht hoffe, dass es eintrifft. Aber, wie sagt man so schön, expect the best, prepare for the worst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.